Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den im Büro. Ja, aber... Tschüss. Und dabei gebe ich mir doch so viel Mühe. Das allein genügt nicht. Wie? Deinem Kaffee fehlt einfach das Aroma. Hier, probier doch mal meinen Jakobskaffee. Da schmeckt man das ganze Aroma. Ab morgen nehme ich auch Jakobskaffee. Jakobskaffee. Da schmeckt man das ganze Aroma. Wunderbar. Wie ist denn das? Das ist ein Kaffee. Der schmeckt.